Zulzul Zulzul meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Let's Builds Sabrina Total verhext und wir starten direkt mit dem Herzstück der Serie und zwar der meist benutzte Ort, der meist gesehene Drehort der Serie, das heimische Wohnzimmer der Damen und gerade der Eingangsbereich mit der gemütlichen Sofa-Sitzecke ist doch wirklich die Ecke im Haus, die man so mit am meisten auf dem Tacho hat. Neben der Küche würde ich jetzt mal sagen und Sabrinas Zimmer, aber hier werden die meisten Szenen gedreht und deswegen war es mir besonders wichtig, dass das natürlich auch alle stimmig aussieht und es so nah wie möglich an die Serie rankommt. Ich habe mich deswegen generell für die Parterre für eine mittlere Haushöhe entschieden, damit ich auch oben schön diese Zierleisten zwischen, also quasi so in dem offenen Treppenbereich anbringen kann, denn die sieht man auch immer mal wieder in der Serie. Und ich habe versucht erstmal ein bisschen zentral einen Mittelpunkt dieses Raumes zu finden, in dem ich das Sofa platziert habe und beginne dann eigentlich auch schon mit dem ganzen Schnickschnack. Und den gibt es wirklich genügend in diesem Haushalt. Die Damen sind wahre Sammlerinnen, aber ich glaube, das hat so zwei Gründe. Erstmal, es ist eine 90er Serie. In den 90ern war alles sehr bunt, schrill, kitschig. Viele Stile knallten aufeinander und vielleicht wollten auch die Serienautoren damit zeigen, dass so zwei unterschiedliche Charaktere dieses Haus besitzen. Also die Schwestern Hilda und Zelda sind wirklich absolute Feuer-und-Wasser-Menschen. Die eine ist total durchgeknallt und schrill, laut, bunt und Zelda ist eher so die ruhige, vernünftige, diplomatische Schwester, die alles eher so ein bisschen ruhiger ansiedelt. Und ich glaube, das haben die versucht auch hier zu zeigen, dass beide ihre Aspekte mit in das Haus einfließen lassen und hier und da die Sachen auch von den beiden ein bisschen rumliegen. Natürlich habe ich auch wie immer versucht, trotz allem alles spielbar zu machen, damit ich nicht zu viel Kram irgendwo hinschmeiße und ihr die Objekte nachher nicht benutzen könnt. Aber es war zum Beispiel jetzt genau wie diese Ecke mit dem Kladier schon so eine Sache. Dahinter ist nämlich einfach eine Tür im Haus und ich habe mir gedacht, ja verdammt, also ich kann ja jetzt nicht wirklich dann eine Tür hinsetzen und nachher gehen die da irgendwie versuchen da durchzulaufen. Also muss ich die Tür gut möglich blockieren, aber es darf auch irgendwie nicht blöd aussehen und die haben da eigentlich so Vorhänge. Und ja, also ich habe da mein bestmögliches Versuch, das so realistisch wie möglich darzustellen und es funktioniert nachher auch einwandfrei. Das Klavier kann benutzt werden, auch der Kamin und die Tür nervt nicht. Die gehen durch die Haupttür, direkt durch die Korridortür, die dieser Eingangsbereich darstellt. Und in der Ecke neben dem Piano sieht man in dem einen oder anderen Szenenbereich, dass da halt ein gemütlicher Kamin ist und da durfte ich mich dann wieder austoben. Da war wieder meine Fingerfertigkeiten in Sachen Sheets gefragt. Natürlich wie immer, bevor ich anfange zu bauen, erstmal den Sheet BB.moveobjects on, denn ohne dem geht gar nichts. Das wäre ich glaube ich schon verzweifelt. Und super toll ist einfach jetzt auch der Verkleinerung, Vergrößerung Sheet, den ihr mit den zwei Tasten oben an dem Fragezeichen und dem kleinen Apostroph machen könnt. Und da habe ich natürlich jetzt versucht, einfach mal die Bilder ein bisschen zu verkleinern. Denn wir haben natürlich so einige Bilder und Gemälde, die wir schon kennen, aber die lassen sich immer wieder gut benutzen, wenn man zum Beispiel die Größe mal ändert. Dann haben die schon wieder eine ganz andere Optik und da war es halt so, dass da viel so Stickschnack an der Wand hing und das muss natürlich alles ein bisschen rustikaler aussehen. Und wie gesagt, wir sind in den 90ern und der Stil ist von denen auch ein bisschen, also ich habe versucht, das so gut wie möglich zu kombinieren, dass es auch passt. Und habe gedacht, ach komm, dann stelle ich da mal ein paar Leckerlis für Salem hin, obwohl der in der Serie natürlich mehr Menschen essen mag. Aber ich sage ja mal so, alles Tarnung. Immerhin sind sie eine normale Familie mit einem Haustater, also können da auch mal Leckerchen stehen. Also damit die Nachbarn nicht direkt wissen, was hier los ist. Und Salem muss ja eh seine Klappe halten und brav miauen, wenn normale Menschen im Hause sind. Und deswegen habe ich dann versucht, so viel Kleinstkram wie möglich oben auf den Kamin zu stellen. Und das ging eigentlich sogar wirklich sehr gut, denn einige Slots sind auf dem Kamin vorhanden, sodass auch alles da oben stehen bleibt. Das haben wir ja nicht immer, wie wir das so kennen. Wir haben ja sehr oft eher weniger Slots oder gar keine auf Objekten. Aber naja, hier in diesem Falle war ich da sehr glücklich und konnte auch mal die etwas komisch aussehenden, ja, was sind das? Sisal, Rattan, Teppiche, Schrägstrich, was auch immer benutzen, die wir mit Waschtag bekommen haben. Passte aber jetzt in dieses Konzept des Hauses super gut rein, deswegen einfach warten. Irgendwann passen die Objekte, wo man denkt, man wird sie nie benutzen. Und dieser kleine Sitzbereich, dieser Erker, den wir hier haben, den sieht man eigentlich so gut wie gar nicht in der Serie, denn er befindet sich eigentlich auf der Kameraseite. Ich habe diese Ecke aber, weil ich mich ja, wie in der ersten Folge schon erklärt, versucht habe, am Grundriss des Hauses zu halten, dass es auch von außen optisch schön aussieht. Und deswegen kann es dann auch mal im Laufe einer Let's Bild Reihe dazu kommen, wenn man vor allen Dingen Serien oder Filmhäuser nachbaut, dass sich Ecken und Kanten auftun, die so jetzt eigentlich nicht da wären. Und deswegen ist es dann immer wieder, ja, ist meine Kreativität gefragt, was ich denn jetzt mit dieser Ecke dann mache. Und ich habe mir gedacht, da muss einfach eine Leseecke hin, denn wir haben zwar das Wohnzimmer und da stehen auch einige Sachen, aber da sind jetzt nicht wirklich Gebrauchsgegenstände bisher da. Und dann dachte ich, komm, dann macht man mal so eine kleine spirituelle, kreative Ecke, die aber so ein bisschen 90er schreit, also irgendwie wundkitschig mit Plüsch und dann auch noch 90s US-Style. Also die Amerikaner haben ja dann auch nochmal einen anderen Stil gehabt und war dann eigentlich ganz zufrieden, dass wir hier noch eine kleine Leseecke erstellt haben, die dann auch relativ kuschelig aussah und mit der ein oder anderen Dekoration auch wirklich heimisch wirkte. Und wie ihr sehen werdet, werde ich überall in diesem Haus meine Heizungen brauchen, denn ich war echt happy, als wir damals mit unseren Vampiren diese Heizung bekommen haben, auch wenn sie nicht die modernste ist und nicht immer irgendwo reinpasst. Aber in diesem Haus passt sie perfekt hin, denn es handelt sich bei dem Sperman House sowieso im Original um eher ein vektorianisches altes Haus mit viel Säulen und Schnickschnack und kleinen Verzierungen überall. Und deswegen passt diese Heizung perfekt überall hin und die nehme ich auch dann wahr, diese Gelegenheit, dass ich das endlich mal so gebrauchen kann. Und natürlich habe ich mir gedacht, gegenüber von dem Sofa, also werden die drei bestimmt nicht immer irgendwie auf ein Aquarium starren oder aus dem Fenster gucken, sondern die werden da schon ihre Fernsehecke stehen haben. Und wie gesagt, ich achte ja immer darauf, dass ihr auch spielen könnt, dass ihr auch ein sinnvolles Haus habt, in dem ihr nachher eure Sim-Familie einziehen lassen könnt oder auch eure Sperman-Version, wie ihr möchtet. Und dazu gehört natürlich auch eine Fernsehecke. Und das passte natürlich mega gut jetzt da rein, weil natürlich hatten die noch kein Flatscreen oder Mega-Fernseher, sondern ich glaube eher so einen kleinen schönen Kasten, so eine schöne Röhre, wie die halt in den 90ern war. Der ein oder andere wird sich vielleicht noch erinnern, damals, da war alles anders. Aber wie gesagt, also das war dann wirklich eine Erleichterung. Ja, und das versuche ich natürlich jetzt wieder zuzuhauen. Wir haben ja dieses Regal von, wieder von Waschtag und da kann man schön die Sachen reinbauen, auch wenn da nicht so viele Slots da sind, wie ich mir gerne gewünscht hätte. Aber mit Hilfe der Sheets kann man da einiges platzieren. Und ich dachte, dann sauge ich mir da einfach was aus den Fingern, was auf dieser Seite so hinpassen könnte. Und die beiden sammeln bestimmt so einiges von ihren Reisen im anderen Reich oder mitbringen sie von irgendwelchen, wie wir manchmal von Hilda vor allem mitbekommen, von ihren Liebhabern, ihren Lovern und Hasse nicht gesehen. Und da dachte ich mir, da versuche ich doch mal, mehr als gewollt in diese Korbwand-Dekoration zu packen. Und ja, das haut dann manchmal hin, manchmal auch nicht. Manchmal muss man einfach dann an der Höhe noch ein bisschen rumfummeln und dann klappt das eigentlich ganz gut. Aber da habe ich, das war wirklich auch wieder einer der Objekte, wo ich mir gedacht habe, Leute, ein paar Slots mehr hätten keinen geschadet. Weil klar, wir gerade von Akisima, wir haben einige Objekte euch zur Verfügung gestellt, wie ihr auch bei uns auf der Homepage findet, die neue Slots bekommen dann aus dem Spiel die ganzen Gegenstände. Aber das kann man auch vorne rein schon machen. Das wäre doch so schön für uns, oder? Wie seht ihr das? Also ich finde das manchmal echt blöd, wenn die Slots so wenig sind. Und ja, ich hätte gerne oft mehr. Aber manchmal muss man einfach durch und ja, muss sich da ein bisschen durchfummeln durch das Spiel. Ja, und wie ihr seht, habe ich da meine Nischen und Ecken, soweit es gehen, dann auch fertig. Und natürlich habe ich geschaut, dass das dann nachher genauso in der Position ist als Sofa, wie wir das auch in der Serie haben. Damit das dann auch nachher, wenn ich Fotos mache, alle stimme. Deswegen drehe ich oft die Kamera und hoffentlich wird euch nicht schwindelig. Damit das dann auch alles wirklich stimmt. Und man muss manchmal zweimal hingucken, besser einmal mehr als so wenig. Aber ich war froh, dass wir wirklich dieses ranzige Sofa im Spiel hatten. Das passte dann auch wieder super gut dahin. Und habe dann auch versucht, dann wieder daneben viel Kladradatsch auf das Beistelltischchen zu packen. Und jetzt werdet ihr wieder sehen, dass das nicht so einfach ist. Ich hatte mir da so ein paar Sachen zusammengesucht und dachte mir, ja, so viel möchte ich da jetzt eigentlich gar nicht draufstellen. Das dürfte ja gar kein Problem sein. Ja. Ja. Oder doch. Also es ist halt nicht so einfach. Also es ist wirklich eine Sache für sich. Manchmal hat man zum Beispiel Glück, wenn man Objekte verkleinert, dann verkleinert sich auch der Slot. Also mit dem Slot, von dem ich immer rede, das ist dieser grüne, das grüne Viereck, was ihr immer seht. Das ist ja manchmal größer, manchmal kleiner. Das ist sozusagen der Platz, wo man die Objekte hinstellt. Und manchmal halt nicht. Und dieser Tisch hatte zwar ein paar Slots für kleine Gegenstände, aber wenn ich jetzt mehr als gewollt, auch mal an der Kante des Tisches hinstellen wollte, hat das natürlich nicht funktioniert. oder in diesem schönen Zwischenetagen-Ding, was es da gibt. Und da muss man dann einfach Trick 17 anwenden und die Gegenstände wegschieben und dann mit dem Hoch- und Runter-Verstell-Sheet immer wieder schauen, dass es irgendwann passt. Und ja, irgendwann bin ich dann glücklich. Und dann bleiben die Sachen auch so stehen. Und ich schaue natürlich auch immer, dass es da keine Konflikte später im Spiel gibt, dass ihr dann, zum Beispiel, wenn die Sims mit ihren Gläsern und Tellern rumrennen, dass das keine Probleme gibt. Mit dem Beistelltisch war eine andere Sache. Ich habe keinen passenden Beistelltisch gefunden, der so nach Sisal oder Korb aussah. Ich wollte aber diesen Stil beibehalten und habe mich einfach entschieden, weil die ja sowieso nicht diesen Beistelltisch, jetzt unbedingt diesen Couch-Tisch benutzen müssen, dass ich da einfach einer der, ja, diese Bänke, sage ich jetzt mal. Also das sind ja diese, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Also es ist auch eine Sitzmöglichkeit. Und habe da wieder Krams draufgelegt, so wie es sich gehört. Da liegt dann die Fernsehzeitung und man hat dann halt seinen Teechen stehen und ein Kerzchen. Und dass es einfach alles ein bisschen gemütlicher aussieht und realistischer einfach. Dann liegt da so ein altes Buch rum, wo Zelda vielleicht irgendwas nachgeschaut hat, was irgendwie der neueste Zauberspruch irgendwie, den sie gerade versucht hat zu verbessern oder obwohl die ist ja auch nicht schon ein Pro. Und dann ist mir halt eingefallen, hinter der Couch ist sonst eigentlich so eine Art kleine Kommode, wo Salem immer drauf sitzt. Und ich dachte mir so, ja, blöd. Der Kater springt, die springen zwar die Haustiere in Sims auf einige Gegenstände drauf, aber es wäre wirklich besser, damit er auch wirklich darauf schläft und liegen bleibt und damit es wirklich so aussieht, wenn die beiden, die Mädels da, die drei auf der Couch sitzen, dass er da hinter denen sitzt und quasi mit denen quatscht, habe ich mich dazu entschieden, einfach diese zwei kleinen Kratzbäume dahin zu stellen. Und es funktioniert wirklich gut. Also ihr werdet es später in Screenshots sehen. Salem sitzt dann da, quakt die an und schreit und mauzt und krägst. So habe ich ihn natürlich erstellt, dass er etwas nervig ist, so wie auch in der Serie. Und dann passt das echt wie auf den Eimer. Ja, und was es natürlich jetzt auch noch gibt, ist dieser Eingangsbereich. Also eigentlich denkt man ja, dass in der Serie direkt das Haus da anfängt, also dass das direkt sozusagen die Eingangstür ist, aber bei genauem Betrachten sieht man, dass da wenigstens so ein kleiner Vorraum ist. Ob der jetzt genau diese L-Form hat, wie bei mir, das weiß ich nicht. Glaube ich auch eher nicht. Aber wieder ist hier das Thema gesagt, es muss nachher auch optisch von außen gut aussehen. Denn hätte ich das nicht so gestaltet, hätte das Haus vorne nicht so ausgesehen, wie bei dem echten Haus, was auch so dahergenommen wurde. Weil, wie ich schon in der ersten Folge gesagt habe, die haben für die Serie ein echtes Haus genommen, das auch so in den USA steht, aber wahrscheinlich die Serie nachher im Studio gedreht und da brauchte das alles keinen Sinn zu machen. Und deswegen haben wir jetzt hier so einen kleinen Vorraum, einen Eingangshallenbereich, der ja auch nicht so untypisch ist für alte Häuser, davon abgesehen, den ich dann auch noch ein bisschen gestaltet habe, damit er passend zum Haus schön dekoriert ist. Und da war ich dann eigentlich ganz glücklich mit. Und das Gleiche galt dann auch nachher für das kleine Badezimmer, was da neben dran ist, was ihr dann noch sehen werdet, was eigentlich auch jetzt nicht so in der Serie da zu erkennen ist. Aber ich muss sagen, ich bin immer wieder happy, wenn ich sowas baue, wenn ich solche Ecken wieder noch finde, weil es ist immer gut, mehrere Badezimmer im Haus zu haben. Jeder, der wirklich Sims spielt und nicht nur bastelt und baut, weiß, wie nervig es ist, wenn sich zu viele Sims zu wenige Badezimmer teilen müssen. Also das ist immer so, kurz vorm Wahnsinn wird es nochmal lustig. Deswegen war ich da echt happy mit und bin dann eigentlich mit dem Wohnzimmer an sich, mit dem Halleneingangsbereich auch fertig. Und muss sagen, es gefällt mir richtig gut. Ich hoffe, ihr erkennt es so jetzt schon wieder und denkt euch, ja genau so ungefähr hat das zumindest in der Serie ausgesehen. Ich weiß, ihr seid da immer sehr kritisch, was ich aber auch super finde, weil es sind immer wieder Leute dabei, das habe ich in den letzten Reihen immer wieder gemerkt, die auf so viele Details achten. Und ich dachte schon, ich bin die Schnickschnack-Queen, aber nein, ihr seid echt da immer total wie die FBI-Spezialisten, wenn es darum geht. Also wie gesagt, ich bin echt total happy mit dem, was da darum gekommen ist. Es soll ja auch alles spielbar sein und wir sind somit mit dem Teil des Hauses fertig. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare, auf eure Ideen. lasst mir ruhig alles unter dem Video da und alle Infos zu der Baureihe zu meinen bekannten Häusern findet ihr wie immer in der Videobeschreibung auf akisima.de und folgt mir gerne in den Social Medias, wo ich auch immer gerne euch antworte und offen für Fragen bin. Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Vielen Dank.